Die Kirche und die Kirche hatten eine Burg und so einen Turm. Da waren Leute, du musst eine Burg haben und dann musst du haben die Möglichkeit gucken. Guck mal, ich kann hier überall hingucken. Und wenn ich hier stehe, ich stehe hier immer nachmittags. So ab Nachmittag, weiß nicht, manchmal nicht nachmittags. Nachmittag ist manchmal im Winter, Frühjahr, im Sommer, später Nachmittag. Aber du weißt schon, was ich meine, Nachmittag. Stehe ich hier, wenn die Leute mich schon sehen und kommen dann zu mir oder Leute steigen hier aus, weil es meine Adresse, meine Bank ist im Park und hier ist geschäftspersönliche Adresse für besondere Kunden, die kommen, sprechen, Neuigkeiten, Nachrichten austauschen. Guck mal, viele Leute geben Internet Geld aus. Ich brauche kein Internet, ja? Internet ist viel. Ich bin hier, wenn ich hier bin, ist hier Internet. DSL ist hier, DSL-Verbindung. Kannst du da hin, kannst du da kommen, Leute erzählen mir was. Ich brauche keine Elektronik. Weil, du musst überlegen, wenn irgendwann mal kein Strom ist, ich kann arbeiten. Die können nicht arbeiten. Ich habe meine Informationen. Ich brauche kein Internet. Ich habe die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Eltern, die� Ver histoire ein, was wir uns zu Baum��, weiter überträume, wird die. Hier ist es bei den Jahren, tik–